Also ich habe eine erste Bestellung bei Kenny Softani bei Eurotailors gemacht und ich bin wirklich sehr überrascht, weil meine Smokinghose sitzt dermaßen perfekt, dass ich es kaum glauben kann, dass man das ohne zweiten Schneiderbesuch hinbekommt. Also wirklich muss sagen sehr sehr professionelle Arbeit. Der Stoff ist sehr schön und der Schnitt ist einfach perfekt. Also ich habe eigentlich kaum eine Hose, die mir so gut sitzt wie diese. Also vielen Dank, Kenny Softani. Wirklich ein super Job. Moment, Kenny Softani, stopp. Kenny Softani. Ja und ich bin seine Frau und war total begeistert, wie jedes Detail wirklich gut verarbeitet ist. Und mein Mann hat lange im Internet gegoogelt, bis er ihn gefunden hat und wir waren am Anfang ziemlich skeptisch, weil es ist ja alles halbwegs anonym und man weiß ja nicht, man gibt das Geld aus, was dabei herauskommt. Sie muss mich ja darin sehen. Ja genau. Und übrigens als Smokinghose werden wir ja auch damit auch in Wien auf Bälle gehen. Als Glamourpaar. Als Glamourpaar, um Gottes Willen, das hast du gesagt. Also sehr Glamourmäßig sehe ich heute nicht aus, aber wir werden viel gemeinsam tanzen und Freude haben mit dieser wunderbaren Hose. Von dem Taxi, der zweite kommt ja noch. Der zweite kommt noch. Gut. Gut.